So, guten Tag und herzlich willkommen im US Bank Stadium. Ich bin da, es ist kurz nach 14 Uhr, das Stadion füllt sich, in dreieinhalb Stunden geht es los. Und dieser Bau ist echt abenteuerlich. Über eine Milliarde Dollar das Ding gekostet, 67.000 Plätze, 2200 HD-Fernseher, die hier irgendwo hinter diesen ganzen Zuschauerplätzen aufgestellt sind, damit man auch gar nichts verpasst. Das Ding, das zählt nicht mit, das ist extra. Es gibt da oben übrigens, das ist, da wo es grau ist, ganz oben links, da ist mein Platz nachher. Es gibt ja ungefähr 980 Toiletten, eine davon werde ich gleich benutzen, davon gibt es aber kein Video. Das ist echt unglaublich riesig groß, komplett verglast. Oben ist das Dach natürlich zu, damit es hier nicht zu kalt wird, weil draußen 20 Grad minus, hier drin 20 Grad plus.